Alles Gute zum Vatertag, Daddy! Schokolade mit Streusel. Fertig gepackt? Ja, ich liebe dich. Mach's gut, ihr Süßen. Bye, Daddy! Wer ist da? Ja? Tut uns leid, sie zu stören, aber mein Handy ist nass geworden und sie hat ihr Zuhause vergessen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mein Telefon benutzen. Ich hab hier eure Klamotten, es sind so gut wie trocken. Überraschung! Ich kann das nicht tun, ich bin verheiratet und zwar glücklich. Das kannst du, das ist unser kleines Geheimnis. Entspann dich und genieß es. Du bist ein schlimmer Junge gewesen, Evan. Sieh mal, was ich gefunden habe. Die gehört meiner Tochter, zieh sie sofort aus! Freust du dich, dass sie mir passt, Daddy? Was willst du? Wir spielen ein wenig verstecken. 30 Sekunden, wenn du das Haus verlässt, schieße ich. Hilfe! So was passiert, wenn man gegen die Kinder gegen verstößt, Evan? Ich hab versucht, euch zu helfen! Ich hab euch reingelassen, ich vernetze euch! Ich bin ein guter Vater! Klopp, klopp! Evan, wie viele Familienväter haben dieses Spiel wohl überlebt? Keiner. Korrekt! Ah!